Morgen Leute, wir sind hier am Venezia, der Venezia und im Moment ist es etwas ruhiger auf meinem Kanal, meine Knochen meldeten sich wieder, Arthritis, Arthrose, weiß keiner so genau bis heute und Bernd war so freundlich und fuhr uns hier hoch und das möchten wir uns heute mal ansehen, das Ganze. So, der Eingangsbereich. Der Eintritt 50$, dann so Package mit der Rondel fahren, Minidrehen und so weiter und das große Package kostet 150$. Ja, mit Motorrad fahren ist momentan nicht viel bei mir. Na endlich haben wir es gefunden, unseren Schneemann in Thailand. Das Venezia ist so ein Themeneinkachzentrum, da gibt es mehrere von, in Kauai zum Beispiel, ja gute Fertbrand. Jedenfalls scheint das Konzept aufzugehen. Keine Shopping Mall im üblichen Sinne, sondern ein kleines Dorf, in dem Geschäfte angegliedert sind. Hier geht es zum Kanal Grande. Der Kanal ist wohl jetzt 200 Meter lang. Mit den Gondeln kann man auch fahren, aber wir bezahlen nur den Eintritt von 50$. Wir wollen uns das nur mal ansehen. Ansonsten kann man auch die Gondeln und alles andere einzeln noch mal bezahlen. Kauai ist begeistert von dem Kinderspielplatz hier. Auf ca. 73.000 Quadratmetern Hier gibt es über 300 Geschäfte. Kannst du lange warten da an Selbstverdienung. Schon bestellt das Bier. Bernd meinte gerade, das wäre die Seufzerbrücke. Selbstverständlich gibt es auch diverse Restaurants und Cafés. Oder eine Kombination aus beidem. Impelating das Dämpfeine Maschinen Die Neue Die Neue Dämpfeinde Er Start Untertitelung. BR 2018 Wir waren beim Frühschaufen. Also es wird doch einiges an Themen geboten in dem Park hier. Romeo und Juliette. Können wir nicht mehr am Americano. Außer uns sind dann noch vier andere Leute hier. Wohl auch alles geschlossen hier im Moment. Eine Schitzschaukel. Nicht in Betrieb. Kostet 50$. Untertitelung. BR 2018 In dem Bereich waren früher auch Geschäfte. Sind geschlossen. Wurde auch gespart hier. Und auch die kleinen Seitenstraße. Leer. So wie ich das sehe. Alle Läden geschlossen. Trauriges Bild. Alles dicht. Auch hinter der Abtrennung. Alles dicht. Die Party haben wir leider verpasst. Der Herbst steht vor der Tür. Und die haben wir schon Winter. Ratzfatz. Ein bisschen was für die Kleinen. Die haben wir versorgt. Die bleibt hier. Abgeschlossen. Und aus dem Haus. Schloss drauf. Ja genau. Schloss drauf. Mal gucken wie raffiniert. Ja genau. Ja, Leute, mit dem Weihnachtsbaum im Hintergrund, weihnachtliche Stimmung erzeugt, moderiert euch mal ab. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren stark und lasst es euch gut gehen.